jo leute was geht ab joker mann ist mit ihr am start wie ihr sehen könnt spielen wir hier eine runde und ace of spades gibt es im moment bei steam kostenlos zum spiel übers wochenende da dachte ich mir ich wollte mir spiel e kaufen spielst du es mal 500 mb wir gehen jetzt auf unseren server wo die map gescheit aussieht moment und team deathmatch team deathmatch ja hier drauf viel schön für gegner habe gerade eben schon mal eine runde getestet wie das so ist das spiel ist ganz lustig dreimal hintereinander gestorben ich gehe wieder zu den blauen da die weniger sind ich bin mit dem raketen ne ich bin mit dem scharfschützen ja ich bin mit scharfschützen dieses visier ne moment wichnatz vorhin spielen wir den hier mp hier zack dass der baumeister und was habe ich hier ich habe keine ahnung ich weiß ich habe eine mp und ich würde sagen gehen wir die gegner suchen auf shift kann man rennen ganz lustig ich höre hier drin geht ziemlich die body ab und was macht hi was geht bei dir ab ne was kann das hey digga oder ist einer oder keine ahnung da ist doch ein spaß die alle kam er doch da und scheiße da war er da oben ich bin in die kruft gelandet und ich könnte mal rennen keine ahnung das minimap ist auch nicht aktiv ich habe keine ahnung ob es nur hardcore modus ist oder keine ahnung es ist gegner nein ist ein teammate tut mir leid das ist das geilste ja man kann hier so sachen abbauen so bäm so halt minecraft mäßig ich habe keine ahnung wer verbündete ist und wer fight die map ist auf jeden fall ziemlich klein merke ich gerade das ist recht funny ich wollte eigentlich eine stopp urstellen wie lange ich aufnehmen werde aber ich habe das glaube ich irgendwie vergessen schauen wie lange geht denn die runde noch steht hier eine zeit neun minuten ich würde sagen spielen wir bis spielen wir zum ende so eine gute einstellung qualität braucht man dafür auch nicht und ja vielleicht wäre ich davor schon ist das ein gegner ich habe keine ahnung wer feind ist und wer bei den anderen dingen waren die einfach nur grün helikopter fragezeichen alter er geht voll die luci ab alter ich glaube das ist ein gegner wow auf jeden Fall na 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 ey das spiel ist echt funny macht mir jetzt echt schon spaß besser wie call of duty call of duty macht mir auch gerade im moment keinen spaß deswegen bringe ich davon auch nichts okay ich habe eigentlich auch keinen bock zu zocken im moment zu oft aber das spiel muss man gucken wie viel es kostet ich muss mal kurz die empfindlichkeit ein bisschen größer machen das ist jetzt vielleicht schon um einiges besser boah alter leck boss alter hab ich nen kill wie viel trick kills habe ich wo bin ich jb bomber yeah punktestand hä wurden die kills mir die ganze zeit geklaut oder muss man die erst einsammeln oder ich glaube das ist wieder ein verbündeter auf m war die karte ups m karte sieht man da uns die gegner? fragezeichen wo bin ich? hä? wo bin ich? seht ihr mich? ich sehe mich nicht da fliegt doch immer ein helikopter rum oh ich hätte mir auch mal so ein jetpack nehmen sollen nicht so ein scheiß dreck gehen wir mal dort hoch das ist ein schiff glaube ich au da geht er down da geht er down da geht er down da campen die sich hier in dieses scheiß haus da rein hier im jetpack ja kann man nix machen wir haben uns noch keinen kill gemacht glaube ich obwohl ich gemeint habe ich vorhin kill gemacht aber irgendwie zeigt es mir hier null punktestand an ping ist in ordnung ja hab ich sogar hab sogar einen besseren ping wie in call of duty auf den black of 2 servern was ist denn das? da ich denke immer das ist ein helikopter rum 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 helikopter da ist er hä? das ist ein oh spasti ey erschreckt mich doch nicht so ich dachte das wäre ein gegner alter und er schießt mich die ganze zeit ab wie so ein vollgestörter ja dafür kriege ich erstmal das hier hin alter lecker boss alter kann ich mir gar nix alter das ist wie meine ruhe alter das ist ja meine abonnenten was zeigen oder kann ich mir guck jetzt tun wir hier mal was abbauen zack auf 3 könnte man die waffe schneller wechseln müsste ich mir merken aber ey man ich dachte die map war klein aber ich wurde angeschossen ich hab doch hä das vercheck ich nicht ich hab davon auch schon kill gemacht aber bei mir hat's doch vorhin auch so rlp aber wieso hab ich 0 punkte naja es ist und bleibt nicht die ganze mit bazooka werfer ich glaube ich mach auch mit bazooka werfer rein hier schon wieder getötet ey das gibt's doch nicht muss ich die noch einsammeln dass die kills zählen wie hier kill confirmed oder so jetzt zeig mal her ich check das teil nicht ah doch guck mal hier oh ist das ein scheiß trick oh da ist ein gegner komm her sie werden nicht mehr ich bin der fucking kill man ne komm ein kill müssen wir in den sieben minuten vier minuten nur noch ein kill ich hab keine ahnung wenn ich schon ein kill hab da sitze HED SHOT und ich hab wo bin ich ich seh mich nie doch ich hab jetzt ein kill ich glaub ich werd danach nochmal ein Runde aufnehmen als zweiter Part weil es echt Laune macht dann hab ich bisschen was zum Uploaden da ist er oder nein komm naja Spaß wir gewinnen noch ich glaub 34 Punkte haben wir derzeitig die Gegner grün hat 49 sehr spannend naja eigentlich nicht aber komm ich tu mal wieder mit meinem tu nochmal hier bei guck guck er macht ja alles zu ey muss jetzt mich erstmal wieder durchschießen ey das kannst doch nicht sein du ey Echt lustig durchspielen Also wer es jetzt noch nicht uploadet Wahrscheinlich machte ich gleich Könnt ihr es ja auch noch spielen Ich glaube das Sonntag ist es auch noch verfügbar Aber würde man mal einen Gegner finden Und die Map aktivieren Ach da oben ist eine Map Oben rechts, jetzt sehe ich es erst Ja doch so groß Ich glaube aber da drüben geht die Luzi ab Was das da ist, habe ich immer noch nicht verstanden Vielleicht ist das eine Mine Hm, weiß man es Hätte ich mal lesen müssen Man, ich habe echt gedacht Das ist ein bisschen mehr Action Ich glaube ich gehe danach auf einen anderen Server Vielleicht ist das doch ein bisschen öde Vielleicht eine kleinere Map Vielleicht, vielleicht Man weiß es nicht so genau Hier hat sich wohl einer Bunker gebaut Dann so rumgesnipert Oder keine Ahnung Vor allem würde ich gerne wissen Ob man die Ob die Maps selbst erstellt wurden Oder ob die halt auch nicht generiert wurden Boah, was ist das? Boah, die letzten zwei Minuten laufen Im letzten Drittel Hier hämmert doch irgendwo einer rum Hallo Alles anscheinend nur Teammates Echt scheiße, dass man hier da keine Gegner findet Wenn man einfach nur so dumm rumrennt Wie ich wahrscheinlich So, finden wir wahrscheinlich Oh, da gibt es Da, da drüben Ich glaube ich nehme danach auch den Chat weg Nächste Runde, weil Das haben glaube ich hier alle Wasser Ist auch Am Start hier Ich glaube ich werde danach mal Eine Sniper spüren Noch eine Minute Die letzte Minute läuft Entschuldigung Da oben campen sie doch bestimmt wieder Da ist er Ne Mann, warum findet man denn Ah, da ist einer Get on, son Zweiter Kill oder was weiß ich Vielleicht habe ich auch schon ein paar Weil ich ein paar Mates gekillt habe Warum weiß ich das nicht Letzten 30 Sekunden Ich werde von hinten angeschossen Da ist er Scheiße Verdammt 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 Hätte ich den auch gekriegt Verdammt Okay Ich würde sagen Das war's Wir machen hier noch ein bisschen Den Homo Dance Ich glaube er tanzt hier mit uns Auch den Homo Dance Alle tanzen den Homo Dance Ja Erfolgreich verloren Erfolgreich verloren Mit 4 Kills aber nur Gut Nice Job Team Also Leute Ich nehme gleich nochmal eine Runde auf Aber jetzt mache ich erstmal Part Ende Ein Killer habe ich mindestens Weil ich einen Punkt habe Also Leute Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao mit V Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.